Yeah! Woo! Das war episch. Hi Leute, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Das ist ja das erste Mal gewesen, dass ich Jedi gesagt habe. Ja, es geht mal wieder weiter. Wir sind ja letztes Mal hier bei Tatooine stehen geblieben. Bei den Tastenjägern und bei den komischen Jawas. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen die Landschaft unsicher machen. Ähm, ja das ist nur einer. Du kannst mir überhaupt gar nichts. Ähm, ich möchte mir erstmal die Mission angucken. Finden sie die vermissten Sandraupe? Also so ein Fahrzeug, das müssen wir finden. Und eliminieren sie in die Tastenplünderer. Das machen wir auch. Und holen sie den Druiden aus der Sandraupe zurück. Okay. Die Sandraupe ist so ein... Boah, so ein... Ja, so ein... Viereckige Maschine kann man sagen. Und, äh... Ich kille jetzt einfach mal hier alle, weil ich fies bin. Und wir erforschen jetzt hier einfach mal ein bisschen. Ich weiß ganz... Oh, jetzt kommen sie alle. Meint ihr, die schaffe ich? Hööö! Oh ne, ihr kriegt mich nicht. Könnt ihr schön vergessen. So, alle niedergemetzelt. Okay, da oben sind noch welche. Die können wir aber nur mit Hilfe von Waffen töten. Na komm. Das machen wir einfach mal. Beinahe getroffen. Na komm. Noch einmal. Okay, getroffen. Wir sollen ja die Tasten rüber killen Und dann, damit meinen die auch wahrscheinlich fast alle Da haben wir noch welche Hier, macht man nicht so ein Radau Es wollen vielleicht noch ein paar Leute hier schlafen Oder was weiß ich Bam Ist aber zu episch, hier mal niederzumätzen, ne Tschüss Noch welche, oh Also wenige sind hier nicht Ganz schön viele eigentlich Na kommt her Da ist noch einer mit Gewehr Ah, Kacke, es hat nämlich getroffen Oh, da sind ja noch mehr Alter Oh Gott, nein Ich hab Angst Nein, 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 nein Boah Scheiß Viecher, ey Warum sind immer noch welche Wird auf mir hier rumzumun Oder was soll man hier für Geräusche machen Oh, fick dich Bam So, jetzt aber Komm her Alter, ich hab den Headshot gegeben Kannst du mal verrecken? Wie viele Schüsse soll ich denn noch geben? Hallo Jetzt aber Okay, äh, das Let's Play macht mir wirklich Richtig viel Spaß, muss ich sagen Hätte ich nicht gedacht Weil ich hab das ja schon so oft gespielt Und so oft durchgespielt Schon jetzt, mittlerweile ist es das dritte Mal Dass ich das Let's Play, glaube ich Boah Alter, ist das schwer, ey Ich heil mich mal eben kurz Wir haben ja Letztes Mal uns Heilung gekauft Müssen uns dabei Dabei Aber dabei konzentrieren So hier Auf den Boden setzen und so Später machen wir das mit Kinderklacks Ohne auf den Boden setzen Aber jetzt ist es noch so Oh, Alter Geht alle weg Vier gegen ein Ist das nicht mal ein bisschen unfair hier? Oh, Alter Oh, nein Macht mal Platz hier für mich Ihr Luschen Komm halt du zuerst Und versteck jetzt mich hinter der Kiste Und heil mich ein bisschen So Dafür ist Heilung echt Wirklich richtig gut Ah Ha, sauber Nein, was war das? Woohoo Tschüss Ha, ha, ha Und perfekt ausgewischen Na, komm her So Oh, da haben wir ihnen Arm Abgeschlagen Ja, Leute Es ist schon ein bisschen spät Deswegen Ist das Reden noch ein bisschen schwer Oh, die schießen jetzt hier rum, ey Sowas gehört sich nicht Ey Halt, stopp, ruhig dich Sauber Nächster Oh Gott, ey Die stehen ja überall Oh, das sind ja diese Bombenfässer, ne In Deckung Sonst schießen die noch kaputt Und alles explodiert Und das war's Wisst ihr, was ich mal machen sollte? Ich sollte mal Autosafen Ich glaub, das konnte man auf F5 Äh, wenn nämlich nicht so Verkehrt, weil Wenn man einmal stirbt Hat sich das gespeichert Wo man, äh, auch Ähm Bestorben ist Also wo man sich das gespeichert hat Was hab ich richtig auf den Scheißen? Guck mal, den haben wir jetzt Durchgehauen Zum ersten Mal ganz Ich muss jetzt einfach mal gucken Drücken wir mal einfach F5 F5, F6 F4 Nein, was mach ich da? Ah Ich F4 Oh Gott Da gehen wir uns also weiter Ja, dann machen wir das halt Die ganze Zeit einfach so Wie macht man Autosafen? Steht das hier nicht irgendwo Bei Steuerung, ne? Ähm Autosafen Irgendwas mit F war das Spielstand speichern Schnellladen F12 machen wir schnell speichern F9 machen wir schnell laden Ich demonstriere euch das mal eben So, und da haben wir gespeichert Boah, wie schnell es mal Oh, der dreht sich erst mal Oh, und da ist der Nächste Tschüss War nett, sie gekannt zu haben So, nächsten Niederstrecken Bäm Drei gegen einen Ihr habt keine Chance gegen mich Weil hier ist einfach extrem viel Platz Ah Oh, ne Wißt du, was ich gemacht habe? Ich hab den, äh Den Screen weggemacht Wo man, äh Sieht, wie viel FPS man mit aufnimmt Der sitzt unten Links Toll Autosafen Weiter geht's So, jetzt sind wir schon langsam hier in dieser Stadt Roffel auf F12 mach ich auch automatisch Äh, äh Die FPS-Anzeige wechseln Aber ihr müsst mir schon, äh Zustimmen, dass ich eigentlich gar nicht mal so schlecht bin Boah Leck Alles Übungssache So Kommt, verreck Gucken wir, was ich jetzt mache Hier, pass mal auf Schub Runter mit dir Runter mit dir Oh Ich fand es nicht so, wie ich das haben will Heilung Schnell erstmal hier reingehen Und schon mal ein bisschen Heilung Machen So Schön aufgeladen Okay Weiter geht's Jetzt gehen wir erstmal über diese komische Brücke Hier unten waren wir übrigens vorhin Ich glaube, ich nehme ja viele Folgen im Vorrat auf Wenn ich die eine gerendert habe, nehme ich gleich die nächste auf Das Spiel macht irgendwie so Fun Ich möchte ja auch ein bisschen weiterkommen, ne Und dann kommt Star Wars Jedi Jedi Academy auch vielleicht mal öfters Öfters Es sind ja auch relativ viele Folgen da Und ich glaube Irgendwie so 50 Parts oder so Wenn ich gut bin Weil es gibt glaube ich über 50 Missionen oder so Da muss ich einfach mal schauen Wie schnell ich das schaffe Und Dann ist nicht genug mit Star Wars Jedi Jedi Academy Denn Das ist nicht der Drohide, den wir suchen Das ist nicht der Drohide, den wir suchen Es gibt auch noch später ein Multiplayer-Let's Play Und ein Mod-Vorstellungs-Bla Von dem Ja, von Star Wars Jedi Jedi Academy Gut, oben haben wir noch einen Penis Den würde ich einfach mal auch nochmal fisten Da ist einer Hier, ich werfe mir eine Granate hoch Zack Mach Boom los Vielleicht nicht So, tot Ich würde jetzt einfach mal sagen F12 Und weiter geht's einfach So Kontrollpunkt Also das Schnellspeichern Das gibt's ja auch bei Half-Life oder so Das ist schon Relativ praktisch Das sollten sie bei Ähm Sollten sie öfters bei Spielen machen Finde ich Boah Alter Könnt ihr nicht mal vernünftig schlagen Und statt mich ganz abzuschießen Ey Kämpft doch mal wie echte Männer Genau so Na komm her du Boah Scheiße Das explodiert wenn ich der Gegenschlage Ah nein 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 Ah Ob ich das schaffe Das weiß ich nicht Ah Das schaffe ich schon Das schaffe ich schon Keine Sorge Nein 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 Sauber Jetzt aufladen Ich weiß ich hätte das auch besser geschafft Aber ich bin nun mal so schlecht So Dann war noch mal ein bisschen Dann war noch mal eine Granate Das speichere ich eben noch mal So Ich finde die Musik Übrigens sehr episch Leute So Nochmal ein bisschen aufladen Könnt ihr nie schaden So Jetzt können wir eigentlich schon weiter Okay gut Weiter geht's Ich mit meinem orangenen Lichtschwert Das sieht irgendwie ziemlich krank aus Ähm Oh Gott Komm her Oh fuck Nein Nicht mit mir Nein Können schön vergessen Oh Wie schlecht bin ich denn eigentlich So Einen haben wir schon mal gefistet Zwei sogar Nee Einen Oh Gott Das hat gelegt Geh zurück Yeah Arm ab Verrecke Verrecke im Drecke Verrecke Haha So Weiter geht's Schnell speichern Oh da haben wir Nen paar Sind das überhaupt die richtigen Ja was Das weiß ich nicht Das kann ich dir nicht sagen Ich geh mal ein Na kommt her Epischer Battle of Doom Äh episches Battle of Doom Yeah Yeah Erste Down Und Ah Nummer zwei Voll Headshot In den Bauch Na komm her Das geile ist Ist dass man Auch abwehren kann Das macht er automatisch Deswegen können Waffen Eigentlich gar nichts anhaben Außer man Schlägt gerade Und er werft Lichtschwert Die lasse ich jetzt Einfach mal Weil ich ja lieb bin Können wir uns jetzt Gefälligst hier um die Tasken Na komm her Zack Und tot ist er Oh Drei ging ein Na dann mach ich Spaß So Nummer eins Tod Nummer zwei Down Ne das ist Nummer drei Yeah Woo Das war episch Na klar kommst du da hoch Ich weiß sogar wie Ich hab da echt am Anfang Fett gerätselt Weil ich zu dumm Für das Spiel eigentlich gewesen bin Aber die Kniffligaren Missionen Kommen ja noch So Und zwar Brauchen wir jetzt Erstmal Schub Äh Griff Da oben haben wir So ein blaues Kreuz Und damit können wir Das Ding nach unten ziehen Und können jetzt Drauf springen Allerdings Sollten wir Ganz schnell drauf gehen Weil das Pferd gleich wieder hoch Und deswegen sollte man sich hier beeilen Na los komm So Tschüss Schade Ich hab ich getroffen Nein Scheiße Oh Gott Hä Hab ich hier nicht alle gekillt So hör mal Da haben wir noch was gehabt Okay wir müssen das Scheißding Nochmal noch unten holen Das könnte vielleicht ein bisschen Längen weil ich noch Ziemlich viele Rohaufnahmen Von Minecraft und sowas hab Hatte ich jetzt keinen Bock Zu löschen Aber äh Das Spiel ist auch Relativ alt Und das lässt sich auch mal Mit 60 Bildern Akkurat aufnehmen So Jetzt aber komm Down du Schwein Yeah Ich liebe dieses Spiel einfach Ich hab's wirklich geliebt Das ist wirklich mein richtig Mein Lieblingsspiel Ich hab's für richtig gesuchtet Jetzt komm ich langsam wieder rein In den Genuss Und Ja Das ist auf jeden Fall Schon mal äh Sehr cool Und macht auf jeden Fall Sehr viel Spaß Ich muss dazu sagen Ich hab früher mal Ein Mod vorgestellt Das Video hat jetzt bald 7000 Aufrufe Aber da bin ich noch Richtig schlecht gewesen Das muss ich euch echt sagen Also Da hab ich auch glaube ich Wie viel Daumen runter Pfff Sechs oder so Aber berechtigt Wie ich finde Weil man konnte kaum was verstehen Ich bin schlecht gewesen Hab kaum was erklärt Nur der Mod eigentlich gezeigt Bin ich erklärt wie man das installiert Die Download Links Waren irgendwie scheiße Und Ich mach auch bald Irgendwas neues davon So Wo geht's jetzt hoch Hallo Wo war das denn nochmal Das war hier irgendwo Genau Ich glaub wir sollen erstmal Das hier rausziehen Leute Upsala Griff Oh ich hätte mich mal Da selbst umgerammt Jetzt hier durch Den Fahrstuhl hoch Na komm Und jetzt Fisten wir erstmal Ein paar Tasken Hier Geh weg mit deiner scheiß Waffe Und bleib lieber auf dem Boden liegen Habe den jetzt Ne ich dachte den haben wir jetzt Auseinander gerissen Schade Wie komme ich da runter Das ist eine gute Frage Mein lieber Typ Ich kann es dir sagen Pass mal auf Moment Wie war das gleich nochmal Ähm Wie war das Da war doch irgendwas Was ich kaputt schmettern konnte Wie war das Ich spüre mal was auf Pass mal auf Dunsinn Feinde Hm Hm Können doch jetzt einfach Durchrennen Wär vielleicht Na gut Wär nicht so schlau So Ja okay Das war doof Laden Genau so ging das Da ist jetzt Wasser Durchgekommen Oder Dampf Oder keine Ahnung Und Die Lava ist verschwunden Ich hab das noch nie eigentlich geschafft Aber gut Erstmal geschafft Yay Geht weg Hier haben wir jetzt ein bisschen Feuer Da sollten wir nicht durchgehen Wir sollten Zuerst Hier durchgehen Da oben verschwindet das immer Deswegen Wenn das verschwindet Schnell rüberspringen So Jetzt können wir weitergehen Hier ist ein Schalter Womit wir Dann das andere Abschalten können Und jetzt können wir den Fahrstuhl Nach oben nach unten fahren Ich glaub nach oben Ne nach unten Ha Bin hier schlecht Okay Hallo Hier müsste der Droide Der äh Droide sein Wie viele Droiden Haben diese ja was Ah Also viele Guckt mal Die haben sie alle richtig kaputt gemacht Ah Hier ist irgendwo ein Droide rumgefahren Auf den man rumhüpfen kann Der hier Der ist voll lustig Okay Der ist der Richtige Mit denen müssen wir auch reden Oder Hä Nein Okay Der Richtige ist da drüben irgendwo Passt mal auf jetzt So Und das müssen wir jetzt Entweder schieben Oder Genau schieben müssen wir das Tschüss So Ist ja irgendwo noch einer Hinter mir Ist einer hinter mir Ah Geht sterben So Und den letzten Nein Da ist noch einer Den letzten erwürge ich jetzt Pass auf Und sterbe Ah Ah Nein Ich glaube mein Schwein Pfeift Wo haben wir denn den Droiden Der ist hier irgendwo Ja Den müssen wir jetzt glaube ich Hiermit müssen wir Ne Schub 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 Genau Sauber Da ist er Moinsen Mit dem Sprechen So muss der Droide sein Wegen dem wir hier sind Aber es sind keine Jawas mehr da mit denen Ich verhandeln könnte Ja Folgt mir doch einfach Er macht mir das jetzt auf Leute Und wir können abhauen Okay So hier sind wir jetzt Durch den Lüftungsschacht Oder was auch immer das ist Abgehauen Und ich muss mich jetzt Um die letzten paar kümmern Dann kommt mal her Sechs gegen ein Das ist ein Kinderspiel Das schaffe ich locker Kommt her Na los Ihr habt gar nichts Auf dem Kasten Yeah Oh Bam Zack Wuhu Wieso einfach nichts können Wuhu Na kommt Sauber Und jetzt noch den letzten Bam Geschafft Mission Erfolgreich Kompleted Ich habe mir langsam Sorgen gemacht Gab es Probleme Wenn man einmal von den Sandleuten absieht Na dein Kopf ist noch dran Das scheinst du ja geschafft zu haben Schaffen wir den Droiden zurück zur Akademie Auf zur Akademie Gute Arbeit Gute Arbeit Jaden Kyle sagte mir Du hast den Droiden allein geholt Nur die armen Jarvas R2 durchsucht die Speicherbänke des Droiden Und guckt was wir für Informationen finden Die armen Jarvas Ich habe sie getötet Als Kyle Ich durfte die gar nicht tötet Ich sollte die nicht tötet Egal Ich habe beunruhigende Neuigkeiten Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten Hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt R2 versucht herauszufinden was sie suchen Okay, alles klar Auf zur Akademie Keine Instruktion für diese Mission Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen Nichts wirklich Spannendes Bei mir auch nicht So scheint das Training wohl abzulaufen Dachte das wäre nur bei mir so Meinst du dein Meister hält dich bewusst zurück? Damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm Aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran Ach komm Roche Vielleicht hat er ein Auge auf dich Wie du die Einsätze erfüllst Ich würde mir keine Gedanken machen Ich weiß nicht Was meinst du Jaden? Also ich Bereit für eine Mission? Nächste Mission Also ich würde hier nicht gerne rumsitzen Das ist irgendwie langweilig Ich bin bereit Los geht's Okay Nächste Mission Also Leute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und wir machen bei der nächsten Mission Also bei dem nächsten einfach mal Nicht das Weil das habe ich schon immer so Und das habe ich irgendwie keine Lust drauf Wir machen die Kultuntersuchung dann Also Ähm Okay Gehen wir gleich mal hier rein Die Stadt Ähm Korenekt Auf Korelia Berichtet von unzähligen Aktivitäten Der junge Ragnus Bislang steht jedoch noch nicht fest Ob es wirklich Der Sith Kult ist Oder die Örtlichen Bewohner Nur paranoid sind Seit sie über Das Holonet Vom Kult Gehört haben Begib dich nach Koronet Und finde es heraus Ich kenne noch Leute in Koronet Wir treffen dort ein paar Freunde Und gucken was passiert Gleichzeitig sehen wir diejenigen Die von den Kultaktivitäten berichtet haben Okay Auf Was ist Gehen wir denn mal Leute Ich würde sagen Was haben wir denn hier Geistestrick Machtschub Ne Machtschutz Und Machtabsorption Ich würde sagen Das sind die Die normalen Und ich würde sagen Wir skillen nochmal Oder wir skillen einfach mal Den Geistestrick Dauervariabel Wirkung auf Menschen Ermöglicht Den Jedi Die Verwirrung Unloader Ablenkung Also man kann damit Andere steuern Oder einfach nur die Leute Ablenken Das gehen wir einfach mal drauf Und wir nehmen jetzt einfach nochmal ein paar Waffen mit Wir nehmen einfach mal die mit Und eine Sniper Einfach mal andere Und eine Granate Und dann starten wir die Mission Gucken wir uns noch kurz Die Cutscene an Und dann beende ich den Part Gaut ja echt ganz lange die Folge Aber naja Nur gut Und Jan Wie schnell fliegen die Die OMG Ich speichere ihn hier erstmal Und wir sehen uns beim nächsten Part Ich hoffe euch hat's gefallen Tschüss